Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und in diesem Video geht es nicht um die Elektromobilität auf der Straße, sondern diesmal gehen wir in die Luft. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit ein Video gemacht zu einigen Drohnen oder anderen Fluggeräten, die sich in der Entwicklung befinden. Und diesmal geht es um ein kleines Flugzeug, um die Pibistrell Velis Electro, die von der Schweiz bis nach Norderney geflogen ist und da einige Weltrekorde aufgestellt hat. Und mit dabei war auch für euch der Erik und hat dahingehend ein paar Videos und Bilder gemacht, die ich euch hier noch gern mitzeigen will. Der ganze Weltrekordflug fand schon am 30.08. bis zum 2. September statt. Und ja, begann eben in der Schweiz, um da mal hier das einordnen zu können. Es ging los auf dem Flugplatz von Schenis, wenn ich das richtig ausspreche, bis zum 700 Kilometer entfernten Norderney, also oben an der Nordseeküste bei uns. Die grundlegende Idee zu dem Langstreckenflug hatte der Tobi Pape von der Norderneyer Brauerei. Auch viele Grüße an dich, falls du das Video hier siehst. Und ja, mit dabei war dann auch der Morell, der unter anderem mit bekannt ist aus dem Clean Electric Podcast, für die, die den dort schon mal gehört haben. Und ja, er ist dort mitgeflogen und hat das alles mit auf die Beine gestellt, diese ganze Aktion. Zum Flugzeug selbst will ich jetzt nicht zu viel Datengeplänkel raushauen. Das könnt ihr euch dann noch mit in der Quelle anschauen, die ich euch dann gleich hier mit erläutere. Grundlegend ist zu erwähnen, das Flugzeug hat eine Reichweite von ungefähr 150 Kilometern. Muss dann entsprechend wieder an den Flughäfen aufgeladen werden. Dort kommt dann auch so ein Schnelllader zum Einsatz, wie wir ihn auch zum Beispiel bei den Eco-Comprierinnen mitverwenden. Fand ich sehr lustig, dass das so ähnliche Geräte sind. Und ja, die Akkus im Flugzeug treiben einen 60 kW Motor an. Und da ich euch jetzt schon ein paar Bilder vom Flugzeug mit eingeblendet habe, kommen wir noch zu ein paar Video-Ausschnitten, die der Eric mitgemacht hat für uns, um einfach mal den Sound dieses Flugzeugs zu erleben. Wie ihr mitbekommen habt, ist der Geräuschpegel sehr gering, selbst wenn man beim Starten des Flugzeugs direkt daneben steht oder selbst wenn erst mal nur der Motor hochfährt. Und ja, man kann wirklich sagen, wenn sich das dann in großer Breite bei den Flugzeugen mal mit durchgesetzt hat, hat man da kaum noch größere Geräuschbelastung. Genauso wie bei Booten, haben wir jetzt auch schon öfter gesehen, die neuen Boote, rein elektrisch, die jetzt vorgestellt werden, die Motoren hört man auch nicht mehr. Und man hat eben ein wunderschönes Fahrgefühl und das genauso bei den Flugzeugen. Kommen wir aber mal zu den einzelnen Rekorden, die mit der PP-Strell auf diesem Flug aufgestellt wurden. Und dazu schalte ich mich mal etwas kleiner. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, das ist ein Auszug aus dem T&E Magazin. Da gibt es einen Artikel dazu. Hier liegt auch eindeutig der Copyright. Es ist nur ein kleiner Auszug dahingehend, weil ich euch das hiermit vorstellen will und auch auf das T&E Magazin hiermit verweise. Dass ihr euch das mit bestellen könnt, kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Hier sehen wir aber schon mal die sieben aufgestellten Weltrekorde. Und zwar haben wir hier den geringsten Energieverbrauch auf über 700 Kilometern, die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit über 700 Kilometer, die höchste je mit einem Elektroflugzeug erreichte Flughöhe, die schnellste Steigung auf 1000, 2000 und 3000 Meter und die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit über 100 Kilometer. Dann haben wir hier noch die geringste Anzahl an Zwischenstops auf 700 Kilometer Distanz. Genau weiß ich es gar nicht, aber ich schätze mal, es werden wohl so mindestens 4, 5 Stops gewesen sein dann. Und dann gab es noch die längste elektrisch geflogene Strecke in 24, 48 und 56 Stunden. Ja, sieben Weltrekorde, das ist eine ganze Menge. Dafür haben die Jungs gut für Aufsehen gesorgt und war auch überall mit in der Presse, auf YouTube, vielleicht nicht ganz so viel davon zu sehen. Aber ja, ich denke, ein paar Leute werden es schon mitbekommen haben. Auch beim Clean Electric Podcast war das ja mit großes Thema. Und ja, was ich da noch für euch habe, ist eben das aktuelle T&E Magazin. So sieht das aus, um hier nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Grüße dahingehend auch an Timo Schad, der Redakteur dieses Magazins. Und ihr könnt es auf der Homepage temagazin.de dann auch mit erwerben, beziehungsweise auch online lesen, wie ihr hier sehen könnt. Und im Shop ist es dann hier mit verfügbar. Und hier könnt ihr über Magazine das dann mit bestellen. Dahingehend ist es nämlich gerade zur Zeit nicht möglich, alle Auslagepunkte, die auf der Homepage zu finden sind, zu beliefern, aufgrund Corona und gewissen Vorschriften. Ja, das dahingehend nur nochmal eine kleine Werbung für das T&E Magazin. Im T&E Magazin gibt es natürlich einen großen Artikel dazu. Diese sieben Weltrekorde, die Übersicht hier, das soll nur ein kleiner Anheizer dazu sein, genauso wie mein Video hier. Deswegen geht auf die Internetseite, bestellt euch ein Magazin oder auch mehrere für eure Freunde, die noch Diesel fahren oder so, um sie da auch auf die Elektromobilität weiter mit vorzubereiten. Denn es wird kommen, sie können natürlich ihren Diesel noch weiterfahren, solange wie er fährt, aber einfach, um sich ein wenig zu informieren. Ihr wisst ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das soll es auch schon für der Pipistre und für mir hier gewesen sein. Verfolgt das gerne weiter über meinen Kanal. Wenn es da mal immer was Neues gibt, dann werde ich auch hiermit berichten. Ansonsten abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls ihr erstmal die Elektromobilität auf der Straße probieren möchtet, dann könnt ihr das über einen Tesla Model 3 Performance machen, was ihr bei mir mieten könnt, über denkelektrisch.de. Das ist in Dresden. Und ja, auf meiner Homepage findet ihr alles weitere dazu. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Denk elektrisch! Dresden. 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 Dresden.